Hi und herzlich willkommen beim MyMonk Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim und ich freue mich sehr, dass du da bist. Die heutige Folge ist vor allem dann für dich, wenn du gerade eine Enttäuschung oder eine Niederlage mit dir rumträgst und frustriert bist. Das Ziel ist, dass es dir nach dem Hören ein bisschen besser geht, weil du etwas offener bist für den Gedanken, dass es ja vielleicht nicht nur schlecht ist, was da passiert ist, sondern dass es etwas ist, auf das du bald oder irgendwann zurückblicken kannst und denkst, hm, diese Kacke, die da eigentlich passiert ist, war der Dünger für was richtig Gutes und viel Besseres als das, was ich verloren habe. Egal, ob dein Frust oder deine Enttäuschung frisch gebacken sind und praktisch noch dampfen wie neue Hundekacke im Schnee, ob es etwas ist, was heute oder gestern passiert ist oder ob es schon länger zurückliegt. Vielleicht ist es ein Job, den du verloren hast oder dein Traum vom eigenen Business hat sich zum Albtraum entwickelt, weil all die Menschen, die von deinem Angebot begeistert sind, leider doch nur in deiner Fantasie gelebt haben. Oder vielleicht geht es um eine Beziehung, die von der Spur abgekommen ist und in eine Mauer gekracht ist und am Ende musstest du voller Wunden rausgeschnitten werden aus dem zerbeulten Frag. Ich weiß natürlich nicht, wie es dir damit geht, mit diesem Scheitern. Ich kann dir nur sagen, wie es mir geht, wenn mal wieder irgendetwas nicht geglückt ist und wenn nicht geglückt noch ein sehr beschönigender Ausdruck ist. Schlecht geht es mir dann nicht. Denk dann, dass es das Ende ist, dass nie wieder irgendwas Gutes passiert, zumindest nicht in diesem Lebensbereich. Dass zum Beispiel die Liebe für mich tot ist und höchstens nochmal als sehr unschöner Zombie erwacht, dass das abgebrochene Studium bedeutet, dass ich niemals meinen Platz finden werde in der Welt, dass eine Idee, die nicht funktioniert hat, bedeutet, dass ich nie wieder irgendeine Art von Erfolg haben kann und nie wieder Geld verdienen werde und bestimmt bald meine Wohnung verliere und meine Katze essen muss, weil ich mir keine Lebensmittel mehr leisten kann und am Ende sogar meine 35 Meter Yacht verkaufen muss. Ein kleiner Scherz, die ist nur 33 Meter lang. Ich denke dann, dass es vorbei ist für immer und ich denke auch oft, dass ich die Welt oder das Leben gegen mich verschworen habe. Und dabei gehe ich irgendwie davon aus, dass ich über die Zukunft genau Bescheid weiß, dass ich hell sehen kann, direkt in mein bevorstehendes, jahrzehntelanges Leiden und dass ich ganz genau verstehe, was da abgeht und was es bedeutet und bedeuten wird. Es gibt eine sehr bekannte Geschichte, die aus dem Taoismus kommen soll. Kann es sehr gut sein, dass du sie schon mal gehört hast. Ich will sie trotzdem gerne erzählen. Gute Sachen kann man sich vielleicht nicht oft genug reinziehen und vor Augen halten. Ein Bauer hat ein wunderschönes Pferd und alle haben es ganz lieb, vor allem, weil es so eine große Hilfe ist auf dem Hof. Und dann läuft es plötzlich weg und der Bauer und sein Sohn müssen die Felder nun selber pflügen. Und außerdem natürlich noch das Pferdefutter selber essen, weil das Haltbarkeitsdatum bald abgelaufen ist. Und die Nachbarn sagen, Mensch, was für ein Pech, euer Pferd ist weggelaufen. Aber der Bauer sagt nur, man wird sehen. Eine Woche später kommt das Pferd wieder zurück zum Bauernhof und bringt sogar noch Freunde mit einem ganzen Haufen von Wildpferden. Und die Nachbarn sagen, krass, so viel Glück. Und der Bauer sagt, man wird sehen. Kurz danach will der Sohn eines der Wildpferde reiten, wird abgeworfen und bricht sich beide Arme und beide Beine. Und die Nachbarn sind voller Mitleid und sagen, so ein Pech und der Bauer wieder nur, man wird sehen. Ein paar Tage später zieht der Herrscher von dem Land alle jungen Männer ein, damit sie in eine ausweglose Schlacht ziehen. Zehntausend Mann gegen eine Übermacht von, was weiß ich, lass es zehntausend einhundert Mann sein und die Gesandten des Herrschers kommen auch zum Hof und wollen den Jungen holen. Aber der liegt nur da mit seinen gebrochenen Armen und Beinen und schaut im Fernsehen eine Wiederholung von Frauentausch und wirkt irgendwie nicht so, als könnte er da eine gute Figur abgeben auf dem Schlachtfeld. Also ziehen sie wieder ab. Und die Nachbarn sagen, boah, hast du ein Glück, Herr Bauer, dass dein Sohn nicht in die Schlacht ziehen muss? Und der Bauer antwortet, man wird sehen. Klar, das lässt sich ewig weiterspinnen. Vielleicht wäre die Schlacht doch nicht so ausweglos und der Sohn wäre ein Kriegsheld geworden und hätte lebenslang Kriegsheldenrente bekommen. Aber wir wissen das nicht. Wir können es einfach nicht wissen. Und wenn uns das Schicksal gerade die Arme und die Beine gebrochen hat oder das Herz, dann tut das verdammt weh. Aber vielleicht ist das nicht nur schlimm. Vielleicht bewahrt uns das vor noch was Schlimmeren und macht es vielleicht sogar auch möglich, dass was ganz Neues, Gutes passiert, dass alles bisherige sogar in den Schatten stellt. Man wird sehen, kann man da nur sagen. Im Buddhismus wird da gern das Bild vom Lotus verwendet, dieser schönen Wasserpflanze. Und was an dieser Pflanze echt besonders ist, ihre Wurzeln stecken im Schlamm, im Schmutz. Und darüber kommen auch die Nährstoffe, die die Blüten über der Wasseroberfläche zum Blühen bringen. Und an diesen Blütenblättern perlt jede Art von Schmutz aus dem schlammigen Wasser ab. Es können sich auch keine Bakterien oder Pilze festsetzen auf ihn. Nur dieser hässliche, stinkende Schlamm kann also diese großartige Blume hervorbringen und wachsen lassen. Wer weiß schon, ob nicht der Schlamm, der vielleicht gerade durch unser Leben fließt, die Grundlage dafür ist, dass bald die schönsten Blüten blühen. Vielleicht ist das Scheitern von heute ja der Erfolg von morgen. Vielleicht wartet schon ums nächste Eck was ganz Großartiges auf uns. Keine Ahnung, ob du an Zufall glaubst oder nicht. Auf alle Fälle sind so viele Dinge ungeplant entstanden und ganz anders gekommen, als man es dachte. Was ich ganz toll finde, sind Kartoffelchips. Und erst seit kurzem ist mir bekannt, wie die erfunden wurden. 1853 war das, dass in einer kleinen Stadt in den USA, Saratoga Springs. Folgende Szene abgespielt haben soll. Ein Hotelkunde bestellt Kartoffeln und lässt sie zweimal hintereinander zurückgehen, weil sie ihm zu dick geschnitten sind und zu wenig gewürzt. Und der Hotelkoch war so verärgert darüber, dass er den Typen aus Wut was wirklich lächerliches servieren wollte. Er hat die Kartoffeln dann so dünn wie Papier geschnitten, sie frittiert, damit man sie nicht mal mit der Gabel essen kann und dann auch noch ordentlich versalzen. Nur, dass diese Racheaktion was eigentlich ziemlich cooles hervorgebracht hat. Und so haben sich die Chips erst in dieser Kleinstadt und dann in der ganzen Welt ausgebreitet. Bis heute, wo sie praktisch meine Hauptnahrungsquelle sind. Zusammen mit dem Babybrei mit Apfelgeschmack, weil man den nicht erst mühsam kauen muss. Und da sieht man das aus, was Unschönen, was sehr, naja, ich finde es sehr Gutes geworden ist, nämlich Kartoffelchips. Ein bisschen berühmter ist noch die Story von einem Chemiker namens Spencer Silvers, der einen Superkleber entwickeln wollte, stärker als alles, was man bisher gesehen und geklebt hat, womit er allerdings brutal gescheitert ist. Heraus kam nämlich ein Stoff, den man superleicht wieder ablösen konnte. Und der Erfinder hat keinen Weg gefunden, keine Anwendungsmöglichkeiten, mit dieser Rezeptur Geld zu verdienen. Silvers war am Boden zerstört, die ganze Mühe umsonst, der ganze Traum geplatzt. Einige Jahre später aber hat sein Kollege Arthur Fry im Kirchenchor gesungen und sich darüber geärgert, dass ihm seine Lesezeichen ständig aus den Notenheften gefallen sind. Und da hat er sich erinnert an die Erfindung von Silvers, hat ein bisschen von dessen Kleber auf seine Zettelchen gemacht und plötzlich hielten sie genau dort, wo sie halten sollten und waren auch noch leicht wieder zu entfernen. Und das war die Geburtsstunde der Post-its. Ein Scheitern, ein Experiment, was nicht funktioniert hat, hat sich später herausgestellt als eine weltbewegende Sache gewissermaßen. So, zurück zum Schlamm. Einer meiner Tiefpunkte im Leben war eine Zeit, in der ich echt fertig war mit der Welt und auch mit mir selbst. Ich habe hinter zugezogenen Gardinen gelebt oder Rollos. Mein Studium lief komplett an mir vorbei. Ich habe mich abends allein betrunken und nachts bis drei oder vier Uhr wachgehalten. Oder das Gefühl von Einsamkeit hat mich wachgehalten. Und das einzige Highlight war die stundenlange Nachberichterstattung von Big Brother. Das war die Staffel, wo die Leute dort echt ein ganzes Jahr im Haus waren. Wirklich ziemlich mies. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, Tim, diese Zeit würde noch sehr nützlich sein, mach dich mal ein bisschen locker. Ich hätte ihm wahrscheinlich ins Gesicht gespuckt. Aber die Zeit hat sich wirklich als nützlich erwiesen. Zum einen habe ich an einem dieser Abende angefangen zu schreiben, einfach um meinen Kummerluft zu machen. Ein paar Kurzgeschichten waren das damals. Und Schreiben ist ja was, von dem ich heute lebe. Zum anderen hilft es mir heute noch, diese dunklen Zeiten und irgendwie auch Tiefen des Lebens zu kennen, bei dem, was ich tue. Und dabei mein Monk so zu machen, wie ich es versuche. Eben nicht als die hunderttausendste Schönwetter-Strahle-Mann. Ich bin immer glücklich und du solltest es auch sein, Geschichte. Sondern als etwas, das vielleicht ein bisschen näher dran ist an dem Leben von vielen Menschen, die hier oder da oder überall echt zu kämpfen haben. Ohne diese für mich schwere Zeit hätte ich womöglich nie mit dem Schreiben angefangen. Und dann natürlich auch nie mein Monk gemacht. Wir leben in einer spannenden Zeit voller Möglichkeiten. Und leider ist es auch eine Zeit, in der alles Scheitern und alles Negative verbannt werden. Soll so wie die Alten, die in Heimen von der Öffentlichkeit festgehalten werden oder so wie die Verstorbenen durch die Hinterausgänge von Krankenhäusern weggebracht werden, damit ja keiner auch nur Blickkontakt mit dem Tod haben muss. Ich habe mal mit einer gesprochen, die wirklich jahrelang neben einem Krankenhaus gewohnt hat, genau daneben und kein einziges Mal einen Leichenwagen gesehen hat. Bei Instagram sind auch immer alle extrem erfolgreich und so happy, dass vor lauter Grinsen fast die Mundwinkel einreißen. und immer auf Achse, immer unterwegs zum nächsten geilen Scheiß mit den geilsten Leuten. Klar, dass wir dann nicht gefühlt der einzige Arsch sein wollen, bei dem was nicht klappt, sondern das Gefühl haben, selbst auch immer irgendwie erfolgreich sein zu müssen. Nur in so einer Zeit vergessen wir vielleicht auch, dass beides zum Leben gehört. Das Helle und das Dunkle, das Angenehme und das Unangenehme, das Ende und der Anfang. Und deshalb tun wir uns vielleicht auch schwer damit, Misserfolge zu akzeptieren und wollen alles verstehen und kontrollieren, alles in der Hand halten, damit es ja in positiven Bahnen verläuft. Theo Fischer hat da was sehr Schönes geschrieben, eben in Wu Wei, die Lebenskunst des Tau. Ich zitiere, Sie kennen den heutigen Zustand der großen Flüsse in unserem Land. Rechts und links sind sie von engen Dämmen eingeschränkt, ihre Unebenheiten, Kurven und Stromschnellen sind begradigt und ihr Wasser ist beinahe tot, vollkommen verschmutzt. So ähnlich sieht unser eigenes Leben aus, eingeschränkt in die Dämme äußerer Reglementierungen und eigener falscher Meinungen, begradigt, Ecken und Kanten, ausgebogen durch eine Erziehung, die nur dem Ziel diente, uns anzupassen an die Normen der Gesellschaft, in der wir leben. So ein Fluss kann sich nicht selbst reinigen, erst wehrlos dem Unrat ausgeliefert, der unaufhörlich hineingeschüttet wird. Das Leben in ihm stirbt ab. Risse man jedoch die Dämme ein, ließe man dem mächtigen Strom den Willen, seinen eigenen Weg durch die Natur zu suchen. Bald würde er sich wieder in Windungen und Bögen fortbewegen, könnte sich reinigen und würde wieder gesunden. Genauso verhält es sich mit unserem Leben. Sind wir fähig, die uns einengenden Dämme niederzureißen, uns ungehindert geistig zu entfalten und unseren Weg seinen natürlichen Verlauf nehmen zu lassen, dann gleichen wir solch einem freigesetzten Strom. Wir Gesunden, aller Unrat wird durch die Kraft der Strömung des eigenen Lebens herausgedrängt. Und dieser vollkommen befreite Zustand, dieses Leben ohne innere Schranken und Einschränkungen, ist dem Erleuchteten eigen. So wie sich dieser Fluss öffnet und damit auch wieder lebendiger wird und mehr seiner Natur entspricht, können wir auch unseren Geist öffnen. Zum Beispiel für die Möglichkeit, dass diese Enttäuschung, die wir erleben, zum einen ein ganz normaler Teil des Lebens ist und zum anderen vielleicht auch die Basis von was ganz Gutes, das wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können. Egal wie mies sich jetzt etwas anfühlt, wir können einfach nicht wissen, welche Folgen es haben wird, vielleicht in einer Stunde, vielleicht morgen oder in einem Jahr. Hast du nicht auch schon mal festgestellt, dass irgendein sehr unerwünschtes Ereignis am Ende sich als großes Glück herausgestellt hat? Ich denke da an J.K. Rowling, die jahrelang eine Pleite nach der anderen eingesteckt hat und arbeitslos war, dann noch ihre Mutter verloren hat, die schon eine ganze Weile an MS erkrankt war, dann einen Mann kennengelernt hat, ihn geheiratet hat und nach einem Jahr ging die Beziehung wieder in die Brüche und J.K. Rowling stand da mit ihrer gerade erst geborenen Tochter, ohne Geld, ohne Plan, nur mit einem angefangenen Buch, für das sich leider kein Verlag interessiert hat. Also nicht gerade eine beneidenswerte Situation. Diese J.K. Rowling sagt ein paar Jahre später bei einer Rede vor Harvard-Absolventen folgendes. Scheitern hat dazu geführt, dass alles weggefallen ist, bis auf das Wesentlichste. Ich habe aufgehört vorzugeben, dass ich jemand anderes bin als die, die ich bin und ich habe angefangen, meine ganze Energie ins Abschließen der einzigen Arbeit zu investieren, die mir wichtig war. Wäre ich bei all den anderen Dingen erfolgreich gewesen, hätte ich nie diesen unbedingten Willen gefunden, in dem Bereich alles zu geben, zu dem ich wirklich gehöre. Ich war frei, weil meine größten Ängste eingetreten sind und ich trotzdem noch am Leben war. Der Tiefpunkt meines Lebens war eine stabile Basis, auf der ich mein Leben neu aufgebaut habe. An dem, was passiert ist, können wir nicht mehr viel rütteln. Ich habe es oft genug selbst versucht, aber irgendwie wollte sich die Vergangenheit nicht beeindrucken lassen von meinen Bemühungen. Was wir aber beeinflussen können, ist unsere Bewertung. Und es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, uns im Anblick von Frust und Enttäuschung und Schwierigkeiten schon mal vorab über die tolle Chance zu freuen, die sich da bestimmt bald bietet. Was ich stattdessen aber versuche, ist die Sache anzunehmen, wie sie ist und die bewertenden negativen Gedanken nicht ganz so ernst zu nehmen und ein bisschen offen zu bleiben dafür, dass das Ende vom einen doch nicht der Untergang von allem sein muss, sondern eventuell ja der Anfang von was Guten. So wie bei dem Bauern in der Geschichte immer wieder. Ich meine, wer weiß, ob wir nicht die Partnerin oder den Partner fürs Leben kennenlernen bei der Reha, nachdem uns ein Einradfahrer auf dem Zebrastreifen zusammengefahren hat. Oder es könnte doch sein, dass wir zwar aus dem Job als Marketing verantwortlich in der gülleverarbeitenden Industrie rausgeflogen sind, dafür aber endlich unseren Traum von der eigenen Heilpraktiker, Heilpraxis angehen können, ohne dafür erst was hinschmeißen zu müssen, weil sich der alte Job eben selbst schon hingeschmissen hat. Oder der Burnout, in den wir gerutscht sind. Klar ist es mies zu erleben, dass man erstmal kein bisschen belastbar mehr ist und alles wirklich alles zu anstrengend ist, sogar das Essen von vorgekautem Babybrei. Aber vielleicht unsere große Chance ist, uns Zeit zu nehmen für uns selbst und herauszufinden, was wir wirklich brauchen und wollen. Wer weiß, was uns erspart geblieben ist, weil wir diese schicke, modernen, fensterlose Eigentumswohnung nicht bekommen haben, obwohl wir uns so gern für sie für 30 Jahre lang verschuldet hätten. Glück bedeutet manchmal, dass wir etwas nicht bekommen, hat der Dalai Lama gesagt. Und es gibt noch einen zweiten Gedanken beziehungsweise eine Tatsache, die irgendwie was Kitschiges hat und die ich trotzdem tröstlich finde. Der Moment, wo die Nacht am dunkelsten ist, liegt eine Sekunde vor dem Moment, wo die Sonne wieder beginnt aufzusteigen. Das war es mal wieder von mir für heute. Vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung bei iTunes abgeben würdest oder jemandem den Podcast empfiehlst, dem er gefallen könnte oder mir eine Mail schreibst. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge vom MyMonk Podcast und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit oder wenigstens eine, die sich im Nachhinein als gut erweist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.